Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Hemming, herzlich willkommen zurück bei Far Cry 2. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg, den Konvoi zu stoppen. Und dann müssten wir mal unbedingt wieder zum Passtor. Wir haben schon so viele Mala-Gab-Pillen genommen. Und dann müssen wir bald neue holen. Und ich habe den Verdacht, bevor wir von denen welche kriegen, werden wir sicher erst noch irgendwie eine Aufgabe machen müssen. Ich hoffe, dass so lange unsere Tabletten reichen. Aua, da geht nämlich schon wieder los, hier mit der Schießerei. Aber ihr habt kein Boot mehr, ihr habt kein Boot mehr, lalalalalala. Schieß doch, schieß doch. Mir doch egal. Mir doch egal. Einmal was, ballern die hier rum. Das kommt mir so ein bisschen vor. Oh ja, ihr habt kein Boot mehr, ich sehe es schon, genau. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie... So ein Vietkong-Spiel, genau. Wie so ein Vietkong-Spiel, so kommt mir das vor. So kommt mir das vor. Wie in den 70er-Jahre, die Amerikaner im Vietkong. So ähnlich, so eine Atmosphäre, finde ich, bringt das Spiel rüber. Au, 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 au. Die schieben uns doch schon, die sind ganz nah hinter uns. Guck mal. Schnell weg. Aber hinter den Feldern und, äh, Dingens. Ihr wisst schon. Eieiei, das hat wehgetan. Komm schon. Ah, er brennt. Gleichmals, bumm. Verriet doch. Ja, toll. Jawoll, danach, Jim. Mal gucken, ich glaube... Da ist noch einer. Hehehe. Ach du, mein kleiner Freund. Hopp. Reparieren. Und dann geht's weiter. Ja, dieser Universaltschlüssel ist einfach geil. So. Wie jetzt? Wieso könnt ihr denn schon wieder schießen? Was ist denn los? Ich hieß doch gar kein Boot mehr. Echt jetzt? Jetzt kommen wir mal aus Reichweite, oder? Ja, schwerrufen hier. Guck mal da oben. Plan rum. Da. Oh, 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 oh. Und hier haben wir noch so ein... Oh, ich ziehe ein Engstras. Yes, Maria, echt, ey. Die sind aber böse hier. Die sind aber ganz schön böse. Denn wir wollten euch... Erinnert euch, im ersten Teil, wir hätten euch beinahe Bier gebracht. Ja. Aber nur beinahe. Hängt auch nur an zu regnen. Warum da hin? Oh. Hier muss ja irgendwann der Bereich kommen, wo man nicht mehr schießen darf. Da müssen wir noch hin. So, dem passt vor. Habe ich da diese Folge oder letzte Folge? Ich glaube, diese Folge. Ach, ey. Mein Gedächtnis sieht mir ja so ab von einem Akrobat, ne? Ein Gedächtnis-Akrobat. Unglaublich. Ungläuferlich. Nee, aber das ist wirklich so. Also, dann muss ich sagen, da kommt mir genau vor, wie wir kommen. Ich habe übrigens, wie gesagt, die Gamma nochmal hochgestellt. Deswegen kann man jetzt kaum sagen, ob Tag oder Nacht ist. Aber, ich meine, atmosphärischer ist das natürlich, wenn es runter ist. Aber für euch ist es natürlich besser, wenn es oben ist. Dann wird ihr auch, wenn es seht, ne? So, wo müssen wir hin? Ein bisschen anhalten. Ein Stück. So, wir müssen da lang. Da lang müssen wir. Genau da. Und dann da oben rum. Und dann... Ach, echt, ey. Sieht man ja kaum. Also da rechts unter die Brücke durch. Und dann bei der nächsten Brücke müssen wir irgendwo runter. Vom Fluss. Und dann gucken wir uns mal um. Dass wir einen fahrbaren Untersatz finden. Ob ich mir das gemerkt habe? Natürlich nicht. Aber was soll's? Was ist hier schön ruhig? Da ist übrigens ein Anleger. Guck mal, von der Stadt ein Anleger. Aber wir fahren jetzt hier außen rum. Bei Paella fahren wir außen rum. Obwohl, außen rum ist kein Friedensgebiet, ne? Durch die Stadt durch wäre eins gewesen. Naja. Was soll's schon? Was soll schon passieren? Wir spielen auf easy. Und dann ist easy. Ist ja auch easy. Ne? Genau. Verrichtung. So, hier rund durch. Genau. So, und dann muss... Äh... Dann. Und dann, ne? Guck mal nochmal so Karte. Und dann... Den Fluss nach. Und dann kommt noch ne Brücke. Genau. Und an der Brücke müssen wir aussteigen. Gemacht. Gesagt, gemacht. So, wir haben uns ja noch gar nicht festgelegt. Für nix. Für keine Seite. Für gar nix. Unsere Verbündeten sind vor allem mal in den Rücken gefallen. Das fanden die auch sehr gut. Weil wir einfach das gemacht haben, wo wir da von dieser Freiheitskämpfer-Legion, welche von den beiden auch immer, einen Auftrag gekriegt hatten. Und den haben wir dann auch so gemacht. Finde ich ja geil hier mit dem Wetter, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal Regen hatte jemals. Enger. So, wir halten hier an. Hier setzen wir unser Boot auf Land. In der Hoffnung, dass wir vielleicht, wenn wir mal irgendwann hier hinkommen... Hier sagen... Oh, hier ist noch ein Boot. Oh, hier reparieren wir aber erst noch. Wenn wir sagen, hier ist noch ein Boot, dass wir damit auch sofort fahren können. Gell? Und nicht, oh, hier ist noch ein Boot. Das brennt ja schon fast. Das wäre schlecht. So. Nachladen? Klar. So. Na ja, da soll man nicht Malaria kriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier rum richtig bin. Ich muss noch mal auf die Karte gucken. Du musst immer auf die Karte gucken, ne? Ich bin so ein orientierungsloser Opa, ne? Aber hier muss es richtig sein. Genau. Da haben wir so ein Speicherding und da haben wir noch so ein... Wir befreien dich, Lager. Obwohl wir die schon befreit hatten, oder? Nö. Da ist ein Schloss drauf. Anscheinend doch nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir die mal befreien. Da freuen die sich. Und dann können wir nachher, wenn wir diese... diese Aktion hier beendet haben, dann können wir so eine Maschinenpistole... nehmen für die Pistole. Und dann können wir auch das Scharfschützengewehr nehmen. Obwohl das Scharfschützengewehr keinen Schalldämpfer hat. Was hier eigentlich super wäre, ne? Da weiß ich noch nicht. Aber das hat natürlich eine ganz andere Reichweite als hier dieses Schrotding, ne? Das ist ja nun mal klar, ne? Oh, hier ist man ja schon. Ach, hier ist meine... Hier ist meine Dingens. Meine Dingens. Waaah. Hilfe. Ich bin doch schon da. Sag ich doch. Da ist mein Dingens. Echt jetzt? Da ist aber nah dran. Ich höre ein Auto. Oder? Täuscht das? Also Autos sind hier echt der Gefährlichste. Die fahren die sowas schon einfach über den Haufen. Das glaubst du ja gar nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Eigentlich brauche ich ja noch... für den Konvoi. Ich hab jetzt zwei oder drei von diesen komischen Superpfeilen verbraten. An die Schiffe. Da hätte ich ja... Aber ich glaub, wenn ich hier Munition finde, dann hab ich die auch. Dabei sofort. So. Ach, okay. Hier steht ein Hanomag. Da rennt noch einer. Ja, renn nicht weg. Sei doch nicht feige, Junge. Lass mich in deinem Baum. Ja, den nehmen wir gleich, wenn's geht. Lass mal nach. Vielleicht haben wir noch nicht alle erwischt. Hier ist hier so... Hier so ein Ding ist, hat hier so ein Ding ist, hat. Um zu wissen. Ja komm, schreib schon hin, dass wir den Befreiter haben, den Posten. Das ist ja nur ein kleiner. Da blinkt, da kann ich doch die Raketen. Da, ach, die Wachposten ausgespielt. Super. Super duper. So, dann gucken wir mal eben. Äh, wir müssen in die Richtung. Äh, dann nehm ich mal die Karte runter, damit ich das seh. Da lang. Okay. Also mit dem Hanumarkt zurück. Haha. Hanumarkt fahren. Da lang. Ja, Hanumarkt fahren ist cool. Ja, das ist geil. Da ist eine ganz andere Sicherheit als die anderen Dinger. Die Jeep-Dinger da. Das ist halt ein deutsches Auto. Ach, das soll nix, ne? Äh, guck schon. Nicht mit der Maus lenken, da geht doch gar nicht. Oh, ah. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier, die Kreuzung, ist ja irgendwas. Da ist nur so ein Wachstation-Ding. Oh, da kommt er gerade auf mich zu. Das ist ja sehr praktisch. Das ist ja sehr praktisch, hat du jemals, Opa. Ja, komm. Jetzt kommt die Malaria, echt? Ja, das ist ja super. Ja, nimm mal eine, schnell. Und dann nach hinten. Nach hinten. So. Jesus Maria, habt ihr das gesehen? Das kam ja genau rechtzeitig wieder. Aussteigen. Reparieren. Da reparieren. Ja, reparieren doch. Dann nimm den, fahr den weg. Zurück. Damit. Scheiß Karre. So, jetzt aber. Reparieren. Mit der Universität. Natürlich den Hannomarkt. Der ist ja viel, viel geiler. Habt ihr gesehen? Ich weiß zwar nicht, wo die hier noch schießen, aber... Ja. Anscheinend ja. Aber ja, der fährt da hoch. Okay. Guck mal, hier kann ich mich sogar ganz umdrehen. Bei dem Boden nicht. So. So. Dann soll mal gucken. Fährt der hier die Runde? Ne, der fährt nur da hin und her. Okay. Dann fangen wir zurück. Und dann müssen wir da rechts hoch. Was? Aua. Aua, 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 aua. Ich glaube, ich müsste irgendwo drehen erst mal. Oh. Das war der, glaube ich. Ich glaube, das war der, den ich abschießen musste. War der? Ich frage es nicht. Ja, sicher war der da. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Aber ich glaube, der kommt wieder zurück. Ich drehe mal. Ich hoffe, der kommt wieder zurück. Oder fährt der ein Kreis? Da fährt der ein Kreis. Okay. Dann dreh ich wieder. Dann dreh ich wieder. Der Motz fliegt mir ja doch um die Ohren. Kugelmäßig oder nicht? Oder meine ich das immer? Jetzt gucken wir mal. Komm schon. Der wird jetzt hier gleich rumkommen. Und dann machen wir das, 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 das. Das war aber doch schon. Aua. 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 Bei uns ist die Ohren. Ich kann gleich noch mal ran. Ja, ich denke, wir werden... so mission abgeschlossen wenn du nicht willst vernünftig dann ebenso erst mal hier ein bisschen verziehen so nicht so nicht irgendwo ballern sie immer noch ich muss ja unbedingt meine waffe wechseln gehen da hab ich dich getroffen oder bist du nur in deckung gegangen ne hab ich getroffen das tut mir aber leid so na guck mal den kunden haben wir auch erledigt ja schön wir haben gesagt jetzt müssen wir die waffe wechseln gehen dann gehen wir wieder zurück zu unserem speicherpunkt da ist einer da können wir hingehen da ist noch so ein erledige irgendein typ ich höre sie schon, ich höre sie schon wo ist denn das auto auf Au, 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 au. Wo seid ihr? So. Das ist eine wirklich schöne Waffe. Sie hat eine hohe Überzeugungskraft. Leider kann ich das Auto jetzt nicht mehr nehmen zu fahren. Ah, hier haben wir doch eins. Auch das können wir ja nehmen zu fahren. Das ist ja nur wie neu. Praktisch. Da kommen wir doch nicht durch, ne? Aber, mein Gott. Oh, hier ein bisschen außenrum. Hier, zack, zack. Wunderbar. Da, irgendwo, hier, irgendwo. Das Sonnen. Und jetzt haben wir hier quelltet ein. Hier muss es irgendwo sein. So ein Zeltding. Au, 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 au. Äh, irgendwo hier oben. Das habe ich ja ganz geschickt gemacht. Hier wieder. Das sehe ich ja schon. Okay, au, au, au. Das war nicht so wahr. War nicht so toll. Ach komm, da sind ja so kleine Bestien-Dinger. Die kannst du doch mal umnähten hier. Schau mal mal. Hier muss noch ein anderes gehen. Ich will ja jetzt nicht suchen hier. Hier gab es noch mehr davon. Da, da. Wir können auch zurückfahren. Und dann da zu diesem komischen Dingens. Zu diesem Turm. Aber eigentlich wollten wir ja mal in der Stadt wieder, ne? Eigentlich hatten wir gesagt, wir fahren mal wieder in die Stadt. Da wollen wir nur hier gerade ausfahren. Da kommen wir da hin. Machen wir das dann mal. Dann fahren wir mal in die Stadt. Mal gucken. Wir haben ja schon wieder eine Tablette verbraucht. Dann müssen wir mal zu dem, zu nach dem Priester gehen. Mal gucken, ob der was für uns hat. Medikament und, äh, was war das? Was ist denn das? Äh, ich will das sehen. Ein Ast. Ne, ein Ast. Ne, ein Blatt. Ein Ast. Blatt. Blatt. Und schon riecht es wieder hier. Jawoll. Ach, ja, ja, ja. Aua, aua, aua. Den haben wir da schon befreit hier. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Das war doch bestimmt über. Das hier. Da ist ja bestimmt noch eins von. So. Au, 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 au. Mal hier rüberfahren. Hier über diese Brücke. So. Genau. Und dann da. Hier so. Hier so. Ja. Sehr schön. Und dann kommt die Stadt nämlich. da kommt die Stadt, da kommt die Stadt. Da dürfen sie nicht mehr schießen. Hehehe. Hehehe. So. Hier Friedenszone. Zack, zack. So. Schön. Hier Friedenszone. Anhalten. Aussteigen. Auto reparieren. Das geht. So. Mal gucken, ob wir hier noch so kriegen. Diese Freiheitskämpfer, die müssten doch noch jede Menge quetzt haben. Wir haben zwar jetzt eine für die gemacht, aber wir müssten hier noch jede Menge. Was? Ja, ja. Ja, ja. Dann geh doch, äh, nach. Was rede ich überhaupt mit dem? So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ähm. Da sind nur die beiden Parteien. Das ist ja toll. Und da haben die Forrest, das ist der Herr Priester. Der hat, glaube ich, gar nichts für mich. Wie dumm. Ich wollte aber eigentlich Medikamente haben. Die geht trotzdem mal dahin. Wir müssen aufpassen. Nicht, dass du zufällig den nervösen Mausfinger wieder hast. Das ist ja bei mir ganz bekannt. Hier ist die Kirche, ne? Genau. So, hier. Hier so rein. Da. Hallo. Pastormann. Ich brauche Tabletten oder sowas. Das sieht ja hier aus. Und kein Pastormann da. Wie unangenehm. Aber wenigstens haben wir Verbandskasten. Wie angenehm. Leider sind da unsere Dingens-Tabletten nicht drin. Wie unangenehm. So. Und dann gehen wir mal hier gucken. Was die hier noch haben für uns. Für. Hier war da noch. Ne. Ne, ne. Nicht das Ding. Ich wollte ja sagen. Hier sind da noch immer Diamanten gewesen, oder? Ja, komm schon. Zeig dich. Da lang. Da, das rote Ding. Da, da, natürlich. Da drin sind die natürlich. Ist ja klar, oder? Genau da drin müssen die sein. So. Dann gehen wir mal hier rein. Hier lang. Und hier. Hier gehen wir mal fragen, was die zu haben. Ja, sicher. Ganz verhaben. Kriege ich ja alles wieder. I can you. So, dann holen wir uns mal hier einen neuen Auftrag. Genau. Hier ist diese UFLL. Und hier kann man vernünftig abspeichern. Dann machen wir das auch. Jawohl. Speichern. Neues Spiel. Neuer Spielstand. Wie immer. So. Ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen, Kommentar. Abo. Was auch immer. Wird alles gern gesehen. Macht's gut. Bis dann. Euer Opa Helmi. Tschüss. Tschüss.